Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Mit zwei Gottesdiensten in der Nürnberger Innenstadt ist am 11. Juni der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Das Treffen mit rund 2000 Veranstaltungen stand unter dem Motto, jetzt ist die Zeit. Nach Angaben des Kirchentages nahmen daran 70.000 Besucher teil. Beim Abschlussgottesdienst auf dem Hauptmarkt zog Kirchentagspräsident Thomas de Maizière eine positive Bilanz. Wenn es gelinge, die harten und streitigen Themen gemeinsam zu bearbeiten, dann hätte der Kirchentag unserem Land gedient, so de Maizière. Man habe nach Antworten gesucht im Blick auf die Themen Schöpfung, Frieden, Verteilungsgerechtigkeit, Verstand und künstliche Intelligenz sowie Anfechtungen der Demokratie. Dies sei respektvoll, konzentriert, hörend, sachkundig und im guten Sinne kontrovers geschehen. Das nächste Protestantentreffen findet Ende April, Anfang Mai 2025 in Hannover statt. Christlichen Frauen dabei helfen, aufzublühen. Das ist das Ziel des Lass es leuchten Kongresses 5.0. Veranstalterin ist die Christin Jennifer Pepper. Sie schlug während der Corona-Pandemie neue berufliche Wege ein. Als Sängerin ging es wegen abgesagter Konzerte für sie nicht weiter. Das Ergebnis ist der Online-Kongress Lass es leuchten, der schon zum fünften Mal stattfindet. Gerade die Resonanz der letzten Kongresse hat mich so ermutigt, einfach da weiterzugehen und einfach zu sehen, dass da so auch ein großer Bedarf ist nach Ermutigung, nach gemeinsamen Austausch, dass man auch spürt, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Bei dem Kongress speziell für Frauen erwarten die Teilnehmerinnen elf Experten-Interviews. Christliche Coaches, Theologen oder Moderatoren erzählen, wie sie ihren Weg in Verbindung mit Gott gefunden haben. Außerdem wird es Live-Workshops und Netzwerk-Sessions geben, damit sich die Frauen untereinander austauschen können. Ich adressiere mich insbesondere an Christinnen, also an christliche Frauen, weil ich spüre, dass ganz oft gerade Frauen darunter leiden, dass sie ihr Licht unter den Scheffel stellen, also dass sie vielleicht gar nicht so wahrnehmen, was da alles an Potenzial noch in ihr liegt. Jennifer Pepper möchte mit dem Lass es leuchten Kongress Frauen Mut machen, diese Potenziale zu entdecken und auch das, was Gott für sie vorgesehen hat. Der Kongress findet vom 15. bis 19. Juni statt. Anmeldungen sind noch möglich. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017